Dort ist dein Koffer. Nimm ihn, Daniel. Ach, wo ist mein Koffer? Das dauert aber lange. Ich habe mich schon zu früh gefreut. Ah, dort! Schnell, Daniel! Guten Tag, wir brauchen ein Taxi, bitte. Guten Tag, wir brauchen ein Taxi, bitte. Guten Tag, wohin wollen Sie fahren? Guten Tag, wohin wollen Sie fahren? Zu unserem Hotel, bitte. Die Adresse ist Avenida Playa Rosa, 19 in Palma. Zu unserem Hotel, bitte. Die Adresse ist Avenida Playa Rosa, 19 in Palma. Gerne. Das macht 32 Euro. Sie können mit Karte oder Euro bezahlen. Gerne. Das macht 32 Euro. Sie können mit Karte oder Euro bezahlen. Gerne mit Karte. Gerne mit Karte. Hier bitte, geben Sie bitte Ihren Zahlencode ein. Hier bitte, geben Sie bitte Ihren Zahlencode ein. Sie können dort an der Taxi-Wartestelle ein Taxi nehmen und diese Quittung vorweisen. Sie können dort an der Taxi-Wartestelle ein Taxi nehmen und diese Quittung vorweisen. Wollen Sie noch Geld wechseln? Wollen Sie noch Geld wechseln? Ja. Gehen Sie geradeaus, dann rechts um die Ecke. Dort ist eine Wechselstube. Gegenüber von der Apotheke. Dort ist eine Wechselstube. Gegenüber von der Apotheke. Guten Tag. Ich möchte Schweizer Franken in Euro wechseln. Wie hoch ist der Kurs? Guten Tag. Ich möchte Schweizer Franken in Euro wechseln. Wie hoch ist der Kurs? Ein Euro sind einen Franken zwölf. Wie viel Geld möchten Sie umtauschen? Ein Euro sind einen Franken zwölf. Wie viel Geld möchten Sie umtauschen? 500 Franken. 500 Franken. So, das gibt 446 Euros. So, das gibt 446 Euros. Guten Tag. Hier, bitte. Wir haben schon bezahlt. Wir wollen zu unserem Hotel fahren, bitte. Wir wollen zu unserem Hotel fahren, bitte. Moment, lassen Sie mich Ihnen mit den Koffern helfen. Moment, lassen Sie mich Ihnen mit den Koffern helfen. Steigen Sie bitte ein. Steigen Sie bitte ein. Ich komme ursprünglich aus den USA und meine Freundin aus Polen. Wir wohnen aber in der Schweiz. Ich komme ursprünglich aus den USA und meine Freundin aus Polen. Wir wohnen aber in der Schweiz. Interessant. Wie lange bleiben Sie auf Mallorca? Interessant. Wie lange bleiben Sie auf Mallorca? Es gibt schöne Strände im Norden und Osten und Westen der Insel. Wenn Sie wollen, kann ich Sie dorthin fahren. Es gibt schöne Strände im Norden und Osten und Westen der Insel. Wenn Sie wollen, kann ich Sie dorthin fahren. Vielen Dank für das Angebot, aber wir werden einen Mietwagen mieten und selber die Insel erkunden. Vielen Dank für das Angebot, aber wir werden einen Mietwagen mieten und selber die Insel erkunden. Haben Sie einen Tipp, welchen Strand wir unbedingt sehen müssen? Haben Sie einen Tipp, welchen Strand wir unbedingt sehen müssen? Ja, den Strand Gala Torta im Nordosten der Insel. Von Palma sind es etwa eine Stunde Fahrt, aber es lohnt sich. Das Meer ist dort glasklar. Das Meer ist dort glasklar. Es gibt Wellen für Surfer. Die Strände und Hügel sind unbebaut. Die Strände und Hügel sind unbebaut. Dort können Sie gemütlich spazieren und die Ruhe geniessen. Dort können Sie gemütlich spazieren und die Ruhe geniessen. Entschuldigung, fahren Sie bitte langsamer. Entschuldigung, fahren Sie bitte langsamer. Natürlich, entschuldigen Sie. Ich habe während des Erzählens gar nicht auf den Tacho geschaut. Natürlich, entschuldigen Sie. Ich habe während des Erzählens gar nicht auf den Tacho geschaut. So, hier wären wir schon. So, hier wären wir schon. Das macht noch 15 Euro, bitte. Wir haben schon bezahlt. Wir haben Ihnen die Quittung gegeben. Wir haben schon bezahlt. Wir haben Ihnen die Quittung gegeben. Das reicht aber nicht. Es ist teurer, weil wir so lange im Stau gestanden sind. Daniel, ruf die Polizei. Nein, nein. Weil Sie es sind, lassen wir es so. Daniel, ruf die Polizei. Nein, nein. Weil Sie es sind, lassen wir es so. Willkommen im Hotel La Playa. Hola. Guten Tag. Wir haben ein Zimmer über die Seite ferienspast.ch gebucht. Guten Tag. Wir haben ein Zimmer über die Seite ferienspast.ch gebucht. Gerne, kann ich Ihren Pass haben? Gerne, kann ich Ihren Pass haben? Hier, bitte. Hier, bitte. Frau Nowak und Herr Smith, Sie haben ein Doppelzimmer für eine Woche mit Frühstück gebucht. Stimmt das? Frau Nowak und Herr Smith, Sie haben ein Doppelzimmer für eine Woche mit Frühstück gebucht. Stimmt das? Ja, genau. Sie sind im Zimmer 324 im dritten Stock. Sie sind im Zimmer 324 im dritten Stock. Dort ist der Aufzug. Dort ist der Aufzug. Hier ist Ihr Schlüssel. Vielen Dank. Hier ist Ihr Schlüssel. Vielen Dank. 324. Hier ist es. 324. Hier ist es. Nein. Was ist das? Schau mal. Wir haben gar keine Aussicht aufs Meer. Ich habe aber ein Zimmer mit Blick aufs Meer reserviert. Ich habe aber ein Zimmer mit Blick aufs Meer reserviert. Und schau mal hier, unter dem Bett liegt Abfall. Und schau mal hier, unter dem Bett liegt Abfall. Und der Fernseher funktioniert auch nicht. Und der Fernseher funktioniert auch nicht. Das Bett ist viel zu klein. Das Bett ist viel zu klein. Das Bad ist schmutzig. Ich rufe jetzt die Rezeption an und werde mich beschweren. Das geht so nicht. Das Bad ist schmutzig. Ich rufe jetzt die Rezeption an und werde mich beschweren. Das geht so nicht. Das Bad ist schmutzig. Untertitelung. BR 2018